Das ist ein russischer Typ. Was kümmert dich das? Weil die Leute Angst haben. Man gibt kein Geld aus, wenn man nervös ist, Mann. Kaffee, du gehst. Hey. Ich hab's nicht vergessen. Ja, ich weiß Bescheid. Glutenfrei. Oh Mann. Da ist dein Mathelehrer. Ein total harter Killer. Oh Mann. Was ist los mit uns? Hat uns echt der Mut verlassen, hä? Aber echt, Mann. Du hast gar keinen. Ach wirklich? Warum nervst du mich die ganze Zeit? Wen sonst? Was für ein Typ.